Die Frage ist nun, wie wir aus den Daten der PESTEL-Analyse Nutzen schlagen können, um beispielsweise strategische Prognosen und Vorhersagen anzustellen. In gewisser Weise beinhalten alle strategischen Entscheidungen von Managern ja bereits Prognosen. Lassen Sie uns also über genau dieses Thema des Forecastings bzw. der Prognose im Rahmen strategischer Managementarbeit kurz sprechen. Manager stellen Prognosen zur Nachfrage an, zu den Produktionskapazitäten oder auch zu neuen Absatzmärkten. Die Faktoren, die wir in der PESTEL-Analyse erheben, fließen dann genau in diese Prognosen ein. Genaue Vorhersagen aber sind bekanntermaßen eben schwierig. Da würden wir eine Glaskugel bemühen und die Ergebnisse wären die gleichen. Genauso wichtig ist es zu verstehen, dass alle anderen Unternehmen ebenfalls an ihren Strategien arbeiten. Und dies hat meist den Zweck, andere Wettbewerber zu überraschen. Man ist also oftmals selbst überrascht, welche Schritte anderer Unternehmen gehen und wundert sich, woher diese Ideen kommen. Und genau diese Ideen basieren auf bestimmten Prognosen und Vorhersagen, wie sich eine Zukunft für dieses Unternehmen zeigt und entwickeln könnte. Im Forecasting selbst haben sich aus praktischer Sicht drei unterschiedliche Ansätze in den letzten Jahren entwickelt. Prognosen können also auf unterschiedliche Art und Weise vorgenommen werden. Diese unterscheiden sich dann jeweils in dem Grad der Sicherheit der Aussagen über die Zukunft und in der Möglichkeit, tatsächlich diese Annahmen auch zu visualisieren. Dies sind die Einpunktprognose, die sogenannte Bandbreitenprognose und die Mehrfachzukunftsprognose. Schauen wir uns die drei Ansätze genauer an. Bei der Einpunktprognose hat der Manager ein hohes Vertrauen in eine einzige Zukunft. Diese Art der Prognose setzt ein hohes Maß an Sicherheit voraus. Demografische Trends können beispielsweise diese Sicherheit aufweisen. So kann ein Manager Annahmen treffen, dass die Bevölkerung in einem Markt in den nächsten zwei Jahren um so und so viel Prozent wachsen wird. Auch kann für einzelne Produkte eine sehr konkrete Umsatzprognose in einem überschaubaren Zeitraum von 12 bis 18 Monaten vorgenommen werden, die dann wiederum die Grundlage bildet, um für Vertriebsaktivitäten die Strategie zu entwickeln. Die zweite Form ist die Bandbreitenprognose. Die wird dort angewendet, wo weniger Sicherheit vorherrscht und eine Reihe von möglichen Zukunften existieren. Die verschiedenen Ergebnisse können dann mit Wahrscheinlichkeitsgraden unterlegt und ausgedrückt werden. Oft wird dann aber eine einzige Projektion als die wahrscheinlichste identifiziert. Die Ergebnisse werden meist grafisch mit abnehmenden Wahrscheinlichkeitsgraden dargestellt. Diese Vorhersagen werden auch als sogenannte Fächerdiagramme bezeichnet, weil sich die Bandbreite der Ergebnisse im Laufe der Zeit immer weiter auffächert, was im Grunde genommen die wachsende Unsicherheit auf eine längere Sicht widerspiegelt. Diese Prognosen finden wir häufig in Wirtschaftsprognosen zu Inflation oder Wachstum, also eher im volkswirtschaftlichen Bereich. Die dritte Form sind die alternativen Zukunftsprognosen. Die sind mit noch viel weniger Sicherheit verbunden, da sie sich auf eine Reihe von möglichen, aber sehr unterschiedlichen Zukunftsszenarien konzentrieren. Anstelle einer kontinuierlich abgestuften Bandbreite sind die alternativen Zukünfte also diskontinuierlich. Sie passieren oder sie passieren eben nicht. Teilweise, aber auch mit radikal unterschiedlichen Ergebnissen. Diese Alternativen können sich aus unterschiedlichen politischen Rahmenbedingungen ergeben. Beispielsweise könnten die Alternativen für den Austritt eines Landes wie England aus der Währungsunion entwickelt werden. Ergebnis A wäre die Prognose von dem Verbleib des Landes in der Währungsunion. Ergebnis B könnte die Folgen eines Austritts widerspiegeln. Und Ergebnis C wäre das Ergebnis für den Verfall der gesamten Währungsunion. Es ist dann auch möglich, jedem dieser Ergebnisse verschiedene Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen. Zum Beispiel könnte Ergebnis A eine Wahrscheinlichkeit von 40% haben, während B und C jeweils 30% haben. Hätten wir diese Übung vor einem Jahr gemacht, hätten wir jetzt sozusagen den Beweis, welches dieser Prognoseergebnisse zugetroffen hätte. Bei Prognosen ist es hilfreich, die Richtungen dieser wahrscheinlichen Veränderungen im Auge zu behalten. Manager müssen überprüfen, ob ihre Prognosen mit den wichtigsten Trends übereinstimmen und dann auf mögliche Trendwenden achten. Drei Konzepte helfen uns dabei, sich auf die Haupttrends als auch auf die Trendwenden zu konzentrieren. Das eine sind die Megatrends, das zweite Konzept die sogenannten Wendepunkte und das dritte die sogenannten schwachen Signale. Ihnen allen sollten einige Megatrends geläufig sein. Megatrends stellen große politische, wirtschaftliche, soziale, technologische, ökologische oder eben auch rechtliche Bewegungen, Veränderungen oder auch heute so schön als Disruption bezeichnet dar. Diese Veränderungen sind aber nur schwer erkennbar, da sie sich sehr langsam formieren und oft viele Bereiche unseres Lebens beeinflussen. So beeinflusst der soziale Megatrend der Bevölkerungsalterung im Westen andere Trends in der Sozialfürsorge oder im Wohnungswesen. Der Megatrend zur globalen Erwärmung wirkt sich auf die Landwirtschaft und den Tourismus aus, bei zugleich extremen klimatischen Ereignissen, die dann wiederum andere Branchen betreffen wie das Versicherungswesen. Es ist wichtig, die Megatrends zu identifizieren, die am stärksten für das Unternehmen eine Rolle spielen, weil eben so viele andere Dinge außerhalb des Unternehmens gleichzeitig passieren. Die Prognosen, die ein Unternehmen aufstellt, sollten auf ihre Übereinstimmung mit genau diesen Megatrend-Vorhersagen hin überprüft werden. Daten dazu finden sich in vielen Megatrend-Reports, die im Internet oder in statistischen Ämtern oder Instituten verfügbar sind. Das zweite Konzept sind die Wendepunkte. Die Wendepunkte sind Momente, in denen sich Trends beginnen, in eine andere Richtung zu bewegen. Beispielsweise konnten wir in den letzten Jahren nach vielen Jahrzehnten der Stagnation in bestimmten Teilen Afrikas beobachten, dass sich nun die Phase des Wirtschaftswachstums hin in Richtung eines Wendepunkts entwickelt, was dann für bestimmte Unternehmen oder Branchen Gewinne in den nächsten Jahrzehnten versprechen könnte. Auch können wir aktuell einen Wendepunkt im Bereich des innerstädtischen Einkaufens, im Bereich des Retails beobachten und identifizieren. Die Entwicklungen im Internet und des E-Commerce haben dazu geführt, dass in den Städten kein Wachstum mehr im Handel stattfindet. Es tritt die Phase des Rückgangs ein. Wenn wir einen solchen Wendepunkt identifiziert haben, ist es also unwahrscheinlich, dass sich der bisherige Trend weiterhin in die Zukunft extrapolieren lässt, also dass dieser sich fortsetzt. Es liegt daher auf der Hand, dass dieser Wendepunkt eine Wegmarke für das Unternehmen darstellt, nach neuen Chancen auf dem Markt zu suchen oder das Geschäftsmodell vor Risiken zu schützen und das Geschäftsmodell umzustellen. Das dritte Konzept in der Vorhersage sind die sogenannten schwachen Signale. Dies sind Anzeichen für zukünftige Trends und die sind dann besonders hilfreich, wenn genau diese Wendepunkte bereits identifiziert wurden. Typischerweise sind schwache Signale unstrukturierte und fragmentierte Informationsbits, die wir als Beobachter oft als seltsam empfinden. Ein schwaches Signal für die weltweite Finanzkrise, die 2008 begann, war der Anstieg von Hypothekenausfällen in Kalifornien im Vorjahr. Es ist daher wichtig, auf diese schwachen Signale zu achten, aber es ist auch ziemlich leicht, sich von dem Rauschen, also dem ständigen Strom vieler isolierter und zufälliger Informationen, die keine strategische Bedeutung haben, überwältigen zu lassen und die Bedeutung zu überschätzen. Einige Anzeichen für wirklich signifikante schwache Signale im Gegensatz eben zu dem bloßen Rauschen sind die Wiederholung des Signals und die Entstehung von Mustern. Oder, was wir auch beobachten können, sind vehemente Meinungsverschiedenheiten unter den Experten über die Bedeutung dieses schwachen Signals. Ebenfalls geht es darum, etwas Unerwartetes zu beobachten in einem Umfeld, das zuvor sehr zuverlässig funktioniert hat. Machen Sie sich Gedanken darüber, was im Kontext Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation Megatrends, Wendepunkte oder schwache Signale sein können.